Ich habe heute Morgen mehrfach mit Armin Laschet telefoniert und wir fühlen tatsächlich sehr mit, mit dem, was in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen passiert, aus eigener bayerischer Erfahrung. Wir haben große Hochwässer schon gehabt, ich habe selber mit zu bewältigen gehabt, damals als Finanzminister. Wir haben Ereignisse wie Simbach am Innern erlebt und wissen, wie schnell aus kleinen, scheinbar kleinen Regenfällen am Ende fluten werden können. Und deswegen unser ganzes Mitgefühl, unsere Solidarität, unsere Unterstützung auch jetzt in der Bewältigung der Krise, auch von bayerischer Seite. Ich habe auch das angeboten, Rheinland-Pfalz und auch Nordrhein-Westfalen gegenüber, mit allen technischen Hilfsmitteln, wenn sie gewünscht sind, stehen wir als Bayern bereit, um das mit zu unterstützen. Und deswegen war für uns auch klar, dass Armin Laschet heute bei seinen Menschen in seinem Land sein muss. Das wäre jetzt ehrlich gesagt auch unangemessen gewesen, jetzt hier bei uns zu diskutieren. Darum war unser Verständnis sehr groß. Der Termin wird bald nachgeholt, wo wir uns dann gemeinsam weiter austauschen können.